Hey ihr Hüllen-Mensch da draußen und herzlich willkommen zu meiner ersten Runde Badwars. Ja, ich starte hier, denn hier geht es nämlich gleich sexy los. Okay, bei dieser Map hier war ich ja noch gar nie. Okay, ist ziemlich nice. Coole Map auf jeden Fall. Droppen hier nur Kupferteile oder droppen hier auch... Ah, da drüben droppt Silber und hier droppt eben Bronze. Okay, weil ich habe hier ganz ehrlich gesagt noch kein einziges Mal auf dieser Map hier gespielt. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns jetzt einfach mal Blöcke und bauen unser Bett ein. Beziehungsweise wir bauen es zu, genau. Damit die Leute hier nicht rein können. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das möchte ich nicht. Gut, wir spawnen dann da drin, wenn wir sterben. Aber das Problem ist, sterben wir dann? Ich weiß es nämlich jetzt gerade nicht. Ähm, okay. Kacke. So. Erstmal müssen wir hier versuchen, alles zu verteidigen. Ich denke, ich bleibe jetzt erstmal hier und verteidige hier erstmal. So ein bisschen. Ich wünsche mir ein Eisenherbei. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Ähm, wie viele Teams gibt es da? Okay, hier gibt es vier Teams. Ich habe das auf dieser Map wirklich noch kein einziges Mal gespielt. Deswegen bin ich auch so ein bisschen, ähm, schlecht darin. Aber ich finde es jetzt schon mal ziemlich cool. So. Zack, zack. Ich meine, das nützt sich jetzt nichts. Aber ich würde sagen, ich mache einfach noch so eine Mauer dahin. Weil vielleicht mögen einige sagen, Oh, das ist voll, voll, ähm, also das ist nicht effektiv, wenn ich das mache. Aber Leute, ihr müsst euch mal denken, die wollen unser Bett abbauen. So geht das natürlich nicht. Ich möchte nicht, dass die unser Bett abbauen. Alter Schwede. Also ich muss mir jetzt echt mal, ähm, keine Gedanken mehr machen über Kupfer, weil von dem haben wir anscheinend genug. So, jetzt müssen wir erst mal gucken hier. Ich würde sagen, ich mache hier oben erst mal eine Kiste hin. Ach, aber wenn wir, stimmt, wenn wir ein Gold hätten, dann könnten wir so eine Kiste machen, da wo nur wir reingucken könnten. Also nur unser Team. Das wäre schon ziemlich geil. Tränke. Ähm, nee, erstens, wir brauchen eine bessere Ausrüstung. Die teuerste kostet sieben, die werde ich mir deshalb jetzt auch mal holen. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen verschwenderisch, ist es aber meiner Meinung nach nicht, denn wenn einer eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Ausrüstung hat, dann, ähm, dann macht das nichts. So, gut. Alter, hier ist mir das noch alles so ein bisschen, so ein bisschen unsicher, ne? Also, ich weiß nicht. Ich fühle mich da irgendwie unwohl. Ähm, weil ich echt Angst habe, dass die jetzt dann gleich kommen und ich bräuchte auch noch ein Schwert. Oh, es leckt ein bisschen. So, erst mal hier zubauen, sodass die Leute dann nicht gleich alle rauf können. So, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, aber die gucke ich mir später dann an. So, fünf. Das bedeutet, ab, ähm, sechs, ähm, bekomme ich dann auf jeden Fall ein, äh, ein gutes Schwert oder ab sieben. Ich weiß es nicht ganz genau, sechs oder sieben. Eins von den zwei müsste es gewesen sein. Hier, hier, ähm, hier, hier bekommt er erst mal drei Eisen, weil ich möchte ja nicht irgendwie geizig sein. so. Oh, leck. Leck. Stopp. Hör auf zu lecken. So. So, gut. Jetzt haben wir wieder fünf Eisen. Ich warte, aber wieso leckt es jetzt so komisch? Warum? Warum ist das so? Ich, ich, ich möchte das nicht. Also jetzt hat es gerade irgendwie ihre Probleme. Entweder hat sich jetzt irgendwas aufgehangen oder was weiß ich. Ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt hier erst mal was zu essen. Essen. Okay. Ich möchte mir bitte gebratenes Fleisch kaufen. Lecker. Lecker. Gut. Also auf der Map habe ich wirklich noch kein einziges Mal gespielt. Verzeiht mir deshalb meine Unordnung, Leute. So, erst mal, wie viel kostet denn hier das teuerste Schwert? Okay, das kostet drei Gold. Ich dachte sechs Gold oder so. Ähm. Ich dachte sechs Eisen. Schade. Dann müssten wir uns wohl mit, 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 mit wem denn? Mit, ach, diese hässliche Fliege, ne? Also, boah, die regt mich jetzt gerade auf. Eins, drei. Gut, jetzt haben wir wenigstens schon ein Goldschwert. Was könnten wir uns dann noch kaufen? So, erst mal hier bei den Tränken. Ja, wir könnten uns einen Heilungsdrank Level 2 kaufen. Wow. Hier geht schon richtig ab. Was ist hier los? Was ist hier los? Okay, da wird schon drüber geschossen, aber ich weiß nicht, wo es Gold gibt. Ich schätze einfach mal hier, weil sie hier zugebaut haben. Ich denke, hier gibt's Gold. Ja, hier gibt's auch Gold. Oh geil, ich hab gleich zwei Gold abgesahnt. Ich warte jetzt, bis ich vier Gold hab, denn drei Gold kostet ja am Bogen und ein Gold dann noch dazu ein 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 Pfeil. Ja, Leute, ein Pfeil. Ich mach hier auch mal schnell zu. Aber das dauert immer so lange, bis das droppt, ne? Ein Gold noch, Leute. Ein Gold noch. Ich hoffe einfach, oh nee, jetzt haben wir nicht, nee, oder? Nee, da komm ich schon noch raus. Kein Problem, Leute, kein Problem. Da komm ich noch raus. Kein Stress hier. So, ein Gold noch. Komm schon. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Also das hier, das Goldfarm. Ich möchte hier raus. Er hat mich jetzt eingebaut. Ähm, muss raus. Bitte. Danke. So. So. Jetzt gehen wir erstmal, okay, hier ist auch noch ne Ruhe. Ähm, genau. Einen Bogen. Zack. Und dann holen wir uns noch gleich einen Pfeil. Okay, gut. Nee, komm, hab nen Bogen gekauft. Hier, aber, das. Ach, ich kann euch hier ein bisschen Fleisch in die Ruhe legen. und, ja, ein bisschen hochgehen und gucken, wie viel Eisen gerade da ist. Zwei Eisen. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, Specht. Damit könnte ich mir schon mal ne, ähm, Spitzhacke kaufen. Und die werde ich mir jetzt auch kaufen. So, erstmal hier hin. Eine tolle Spitzhacke. Hier. Die kostet nämlich genau zwei Eisen. Mit den Preisen und so weiter bin ich noch nicht so ganz 100% vertraut. Deswegen sorry, Leute. Aber, ja, okay. Es sind drei Gold hier. Das ist schon sehr, sehr geil. Das ist sogar super geil. Äh, jetzt kaufe ich damit eine Endertruhe, meine Lieben. Hier. Und das Gold würde ich dann nämlich lieber in die Endertruhe tun. Nämlich das, ähm, können nur wir öffnen. Nur wir können das dann öffnen. Hier oben steht nämlich Kiste. Und hier steht Team Kiste Blau. Und, ähm, das könnte dann nur wir öffnen. Ich gucke jetzt mal noch ganz kurz, ähm, wie viel da das teuerste Schwert kostet. Drei, genau. Dann warte ich lieber noch. Dann tue ich für die anderen dann das Goldschwert rein. Aber dann bin ich wenigstens schon mal sehr, sehr gut ausgerüstet. Und wenn es dann im Kampf, ähm, soweit kommt, dann könnte ich vielleicht auch noch den entscheidenden Treffer machen. Man weiß es ja nicht. So. Jetzt habe ich auch noch, das hat Schärfe 2, Rückstoß 1 und Haltbarkeit 1. Nicht schlecht. Dann packe ich einfach das hier mal hier. Oh nein, nein, nein. Leute, das muss hier rein. Die wertvollen Sachen müssen auf jeden Fall alle hier rein. So, zack. Ähm, da sind echt gute Sachen drin. Eventuell sollte ich vielleicht noch ein bisschen beim Gold gucken. Ich weiß noch nicht so genau. Ähm, Ach, Mann. Ne, ich packe das Gold einfach jetzt in die Truhe hier von uns. So, zack. Gut. Gut, 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 Leute. Da oben wird gekämpft. Da oben wird gekämpft. Entweder ich habe mich gerade getäuscht, oder hier oben wird gekämpft. Ähm, hier wird auf jeden Fall schon kräftig eine Base gebaut. Ich schieße hier einfach mal rüber. Soll ich da irgendjemanden überhaupt mal treffen? Und, zack. Ne, wir müssen auf jeden Fall noch weiter rüber, Leute. Das geht so nicht. Oh, ich habe aber keine Blöcke mehr. Äh, au, au, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Okay, mal gucken. Zwei Gold ist wieder hier. Ja, das ist ziemlich geil. Einen Heiltrank habe ich auch. Äh, was zu essen bräuchte ich jetzt mal wieder. Ich habe jetzt hier mein ganzes Essen reingepackt. Zack, 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 zack. Gut. Das Gold wurde natürlich sofort rausgenommen. Kann ich verstehen. Gold ist wichtig. Ähm, Eisen und Gold bitte in die Endertruhe packen. Die können nur wir öffnen. Okay. Gut. Weiter geht's. Äh, mal gucken. Bogen. Soll ich ein bisschen sparen und dann vielleicht, bis ich 13 Gold habe? Dann hätte ich wirklich einen OP-Bogen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß, ich überlege es mir noch, ja. Ich lasse es. Ach, ähm, ich bin ja eigentlich hierher gekommen, um Blöcke zu kaufen. Oh, es wurde gerade jemand getötet. Das ist jetzt mal ziemlich krass. ein Eisenblock. Ein Eisenblock. Was bringt uns denn ein Eisenblock? Ach, stimmt. Den kann man nämlich nicht so schnell abbauen, ne? Also hätten wir vielleicht unser Bett sogar mit dem Eisenblock sichern müssen. Ähm, ich guck dir jetzt einfach mal. Leute, ich bin jetzt einfach mal so frei und baue mich einfach mal hier rüber. Aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich sterben werde. Oh, so. Super. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt hier. Also wenn die Leute das noch mal so laut machen, ja, dann halte ich das nicht aus. Okay. Wir sind drüben. Das heißt, wir könnten da jetzt sogar absteigen. Zack. 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 Okay. Oh, ich habe hier jetzt so gemacht. Einfach mal. Unser Team kommt nämlich jetzt. Ja, Leute? Unser Team kommt jetzt. Und mit uns ist es nicht zu spaßen, liebe Leute. Ich baue hier einfach mal so eine Professorische Treppe runter. Oh. Okay. Kein Problem. Das war nicht alles so geplant. Egal. Ich werde jetzt drauf gehen. Das weiß ich, weil die Leute jetzt sehr sicher nicht kommen werden. Aber ich baue für mein Team hier die Treppe, ja. Mein Team braucht eine Treppe, damit sie einfach schon gemütlich runtergehen. Eine? Tolle Treppe ist das. Yeah. Ja, nice. Gut. Dann würde ich sagen, baue ich das hier noch zu. Damit man hier nicht einfach so... Geht weg von mir. Das möchte ich nicht, ja? Ja. Hör, hör. Okay. Okay, Leute. Ganz schön geil hier. Ziemlich geil sogar. Geiz ist geil, ja? Hier baue ich bei euch mal zu. Ihr könnt gehen, ja? Ihr könnt gehen. Keiner interessiert sich für euch. Okay. Ach man, das Fenster ist offen, ne? Ich hoffe, man hört es nicht. Ich habe immer so Angst, dass man das hört. Gut. Äh... Gut. Gut, gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal wieder hoch. Und muss irgendwie versuchen, dass die... Dass diese dumme Fliege hier nicht die ganze Zeit mein Leben zerstört. Ja? Das darf ich einfach nicht zulassen. Darf es einfach nicht zerstören, ja? Team Blau. Treppe. Nach... Äh... Treppe zur Insel... Äh... Zur Insel 1 ist gebaut. So. Gut. Gut, 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 gut. Schnell hier hoch und... Zapp, 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 zapp. Zapp, 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 zapp. Zapp, 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 zapp. Zapp, 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 zapp. Äh... Geil, Lomatico. Schutz 3, Haltbarkeit 1. Würde ich sagen... Hol ich mir mal das hier. Hol ich mir einfach mal das hier. Und... Pack das hier rein. Aber nen Pfeil brauche ich noch. Und... Ein... Besseres Schwert brauche ich auch noch. So. Gut. Aua. Aua. Das tut weh. Das tut weh. Okay. Okay, Leute. Ach so. Dann brauche ich noch 1, 2, 3. So. Der Rest hier kann, glaube ich, einpacken. Also der kann gehen. So. Dann bräuchte ich noch ein bisschen was zu essen. Wir haben, glaube ich, nichts mehr. Dann bräuchte ich noch nen Pfeil. Dann bräuchte ich noch ein tolles Schwert. Das ziemlich OP ist. So. Zack. Zack. Die Hälfte vom Essen packe ich, wie gesagt, wieder hier rein. Und dann würde ich sagen... Ähm... Brauchen wir noch... 1, 2, 3. Leder. Damit wir... Äh... Bronze. Damit wir uns ne Lederrüstung machen können. Genau. So, Leute. Wir haben jetzt endlich diese dritten Sachen hier gebaut. Das bedeutet... Oh. Schreck mich nicht so. Ich dachte gerade, das ist ein Gegner. Es leben aber noch alle, weil es wurde noch kein Bett abgebaut. Oh. Stimmt. Wir brauchen ja auch noch ne Spitzhacke. Wie konnte ich das nur vergessen? Wie konnte ich das nur vergessen? Wir haben so viel... Wir haben einfach nur unendlich viel... Ähm... Zack, 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 zack. Erstmal drei Spitzhacken gemacht. Zwei hier rein. Gegeben. Und dann bräuchten wir noch ein paar Tränke. Und zwar... Zwei. Zwei. Vier. Sechs. So. Erstmal... Die zwei hier rein. Oh. Jetzt habe ich das... Dingsbums hier her geworfen. Gut. Ein Drang der Stärke. Oh. Ein Drang der Stärke. Oh nee. Soll ich mir einen Drang der Stärke machen? Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt... Eventuell... Na gut. Ich hätte jetzt genau sieben. Ich... Wisst ihr was? Ich mache mir jetzt einen Drang der Stärke. Und dann versuche ich alles auszulöschen, ja? Dann versuche ich einfach alles auszulöschen. Oh, da... Ja, da sind eh wieder zehn Gold drin. Oh, das passt. Weil wir haben eigentlich ein wirklich cooles Team. Ich muss sagen, die sind alle cool drauf. Ähm... Die sind sogar wirklich cool drauf. Und... Das macht echt Spaß mit denen hier was zu machen. Also ich muss sagen... Ähm... Ziemlich... Ziemlich coole Bad Wars Runde. Also ich muss sagen... Ich hatte noch nie übrigens so eine lange... Wahrscheinlich ist das mit 16 Spielern normal. Aber ich werde einfach... Cutten. Und das werde ich zu 100% machen. Weil ich werde da sicherlich kein... Zwei Stunden Video hochladen, ey. Aber es macht echt mega viel Spaß. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Es macht mir super viel Spaß. Und es ist auch super geil. Wisst ihr was? Ich trinke jetzt einfach den Drang der Stärke. Und den Drang der Schnelligkeit. Sie haben unsere Treppe abgebaut, oder? Nein. So. Und jetzt gehe ich zu Team Rot und lösche Team Rot aus. Och. Okay, gut. Okay, gut. Er möchte hier alles abbauen. Gut. Dann bau doch ab. Das ist kein Problem für mich. Ähm. Denn ich werde jetzt ja sowieso zu diesem Team hier gehen. Ich werde sowieso zu Team Grün gehen. Kein Problem für mich. Ups. Da bin ich ja schon bei Team Grün. Ha. Ähm. Das kann jetzt echt spannend werden noch. Oh. Den Heildrank, den musste ich jetzt einfach trinken, Leute. Okay. Der springt einfach schon freiwillig runter. Okay, Leute. Das Bett von denen ist glaube ich schon kaputt. Ah, das Bett von denen ist schon kaputt. Ah. So ist das also. Na gut. Okay. Ich bin extremst angespannt, weil ich nicht weiß, wo die sind. Aber so wie es aussieht. So wie es aussieht. Sind die gar nicht mehr da. Wo seid ihr denn? Verstehe ich jetzt nicht. Wo ist denn Team? Das Leben von Team. Ah. Team Grün ist nämlich schon komplett vernichtet. Deshalb. 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 Ja. Ich dachte mir gerade schon so. What the fuck. Gut. Dann werde ich da oben. Auf jeden Fall hier noch Gold reinpacken. Äh. Ja. Oh ne. Warte, warte, warte. Dann nehme ich mir das Gold hier. Und kaufe mir einfach mal den stärksten Bogen, den es gibt. Da bräuchte ich jetzt aber noch ein Gold. Ja, geil, Leute. Dann haben wir einfach mal den OP-Bogen. Den OP-Bogen der Hölle haben wir dann. Ui. Okay. OP-Bogen der Hölle ist gekauft. OP-Bogen der Hölle ist gekauft. Stärke und Schlag. Oh mein Gott. Also mit Schlag. Ehh. Ehh. Was willst du dann da noch machen, eh. Komm her. Och man, da kann ich ja leider nicht so hoch schießen, ne. Aber der, der wollte mich vernichten. Und jetzt werde ich ihn vernichten. Du. Kommst jetzt her. Okay. Erst gut. Ich habe ja jetzt auch eine wirklich sehr, sehr geile Rüstung. Muss man einfach zugeben. Okay. Und jetzt rush ich rüber. So wie es sich auch gehört. Ich kann die Wolle hier nicht abbauen. Wie kann ich denn da sonst rein? Wie kann ich denn da sonst rein? Es leckt. Es leckt auf jeden Fall. Okay. Gut. Puh. Nein. Ich würde sagen, der, der jetzt den ersten Schuss macht, hat da jetzt eindeutig gewonnen. Kacke. Ich habe richtig Angst gerade. Oh. Dann habe ich ihn auch noch down. Okay. Gut. Dann baue ich den jetzt auch gleich mal ab. Und das Bett von denen ist, ja, ist auch schon tot. Oh geil. Es lebt aber nur noch einer von dem Team hier. Puh. Alter, ich bin gerade richtig angespannt. Aber jetzt gibt es gerade eine richtig harte PvP-Action. Nein. Unser. Unser. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt muss ich mich ganz kurz ranhalten hier und einige dieser Tränke hier kaufen. Ja, geil. Aber wenn ich mal ein paar Tränke hätte, dann könnte ich das schon machen. Oh. Man kann hier, glaube ich, gar nicht craften, oder? Och. Man kann hier gar nicht craften. Wie doof. Das ist jetzt... Das... Ich bin gerade so dermaßen angespannt. Das glaubt ihr ja gar nicht. So richtig, richtig angespannt. Jetzt warte ich ja noch, bis ich hier noch eins bekomme. Och. Okay, gut. So. Dann würde ich sagen, noch ganz schnell ein Heiltrank hier. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh. Hier ist noch einiges an Gold gerade gespawnt. Das hole ich noch schnell. Das hole ich mir noch schnell. Und werde hier auch noch gleich eine Ender-Druhe machen. So. So. Zack. Das hat echt eine Scheiß-Ausrüstung hier. Aber ich geh jetzt einfach mal zu Team Gelb und hol mir deren Bett. mit. Ich weiß, dass jemand hinter mir ist, oder? Nein. Okay, gut. Geht jetzt erstmal hier schon rein. Die verteidigen das hier natürlich sicherlich okay. Ja. War klar. Weil hier muss man erstmal durchkommen, ne? Aber die merken nicht, dass ich hier bin. Das ist der einzige Vorteil, den ich jetzt hier habe. Ich weiß aber nicht ganz genau, wo das Bett liegt. Okay. Jetzt wissen sie, dass ich hier bin. Und jetzt geht es nur noch darum, weil ich lebe nämlich hier nur noch jetzt als einziges. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Ich werde jetzt einfach mal hier so sneaken. Och. Das kann es doch nicht sein. GG. Ja. Alleine. Gegen zwei. Was soll man machen? So. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's von meiner ersten Runde Bad Wars. Ja. Ich würde mal sagen, das war's. Ich gehe jetzt einfach mal in die... zum Spawn. Und ich muss sagen... Ähm. Moment. Ich mache jetzt einfach mal so auf 10. Ähm. Wo sind wir denn hier? Genau. Ich finde, dass Bad Wars wirklich ein richtig... Oh. Falsch. Egal. 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 Das werden wir schon irgendwann mal finden. Hier? Hier? Ja, hier. Genau. Genau. Also ich muss ja sagen... Ähm. Irgendwie... Bad Wars ist doch noch irgendwie anders. Ähm. Die Spielrunden dauern wirklich ziemlich lange, wie ihr gesehen habt. Deswegen habe ich da jetzt sicherlich gecuttet. Weil ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ähm. Auf jeden Fall, dass dann die Leute wieder im Chat schreiben, wie viele Leute haben dann da noch gelebt. Ich glaube, drei gelbe Leute haben noch gelebt. Kommt dann zu dritt rein. Ich bin hier alleine. Und dann schreiben sie easy. Dann denke ich mir auch nur so... Wieso? Verstehe ich nicht. Ich meine, was soll ich alleine gegen zwei Leute machen, die genau die gleich gute Ausschussung, wie ich habe? Ich meine, ähm. Geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und ähm. Ich habe trotzdem bei meinem Team am längsten überlebt. Und ich würde einfach mal sagen, wenn euch die Runde gefallen hat und wenn ihr mehr Bad Wars wollt, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Außerdem blende ich euch jetzt hier, ähm, mein neues Kanaldesign für meinen Real-Life-Kanal Doggies Live ein. Wenn ihr dann auf diesen kleinen Bums-Doggie klickt, sag ich mal, dann kommt ihr direkt auf meinen Kanal. Und ich muss sagen, dieses Banner hat mir der liebe Jole Wifi gemacht, beziehungsweise der Jonas Fischer. Ich danke dir wirklich vielmals. In der Beschreibung steht von ihm Facebook, YouTube und alles, was er so hat. Meldet euch bei ihm, vielleicht macht ihr euch auch so ein schönes Design. Ich finde einfach nur, wow, das sieht so geil aus. Und du bist einfach der Beste. Und ich würde sagen, Leute, das war's von dieser Runde. Und ich würde sagen, tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.